Stadt Dreieich, der Stadtteil Dreieichenhain, gehört zur History der Burg mit Mauerresten und Stadttürmen. Burg Dreieichenhain, eine Wasserburg, Hochmittelalter, Stammburg der Herren von Hagen und für etwa 100 Jahre sitzt der Völkte des kaiserlichen Bannforstes Dreieich. Entstehung um 1080, Ausbau in der Zeit der Staufer, Bergfried, romanischer Palas mit Kapelle, Einbau des Wohnturms in die Burgmauer. Die Burg wurde früher von einem Wassergraben umzogen. Die Burg ist ein Kulturdenkmal. Reste des Wohnturms zählen in Deutschland zu den am besten erhaltenen Profanbauten aus der Salierzeit. Heiraten in der Burg ist hier standesamtlich möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020